Ugo Birdir aus Ems Decken ist da, 31 Jahre alt, Fan von Gladbach, Messi und Sergio Ramos. Ugo spielt für den SV Mesum und schießt da tolle Tore. Schauen Sie mal. Ein Traumlupfer im Sitzen. Da ist er nochmal im Slow-Mo. Heute darf er wieder im Stehen ran. Königsbrüch fängt an. Ugo darf noch einmal kurz durchschnaufen. Bitte schön, dreimal unten. Das war zu langsam. Irgendwas dazwischen wäre es. Moment. Das war eigentlich so, ich habe ein paar Jahre alt. Ugo, drei unten. Es wird noch besser. Vielen Dank. Auf, ein letzter, der geht rein. Nächste Runde oben. Das ist die beste Vorlage, die man so haben kann. Ein Treffer reicht für den Sieg. Ich kann ja nichts für. Passt. 2 zu 0. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. Ich denke, damit kann Felix Brüch leben. Vielen Dank. Wissen Sie schon, ob Sie bei der EM 2020 dabei sind? Die Chancen sind ganz gut. Muss ich noch ordentlich pfeifen, die Rückrunde. Toi, toi, toi. Vielen Dank fürs hier sein. Und auch Stefan Hoffrat. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und vielen Dank für Ihren tollen Einsatz in unserer Gesellschaft. Das muss ja auch mal gesagt werden. Machen Sie super. Dankeschön. Danke. 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 Danke.